Wenn der Mann ist, guckt da, ein Kuchen geht auch wieder. Ja. Weißt du das denn? Ja, ja. Ist da der Geist? Oh, jetzt blinkt er wieder. Ja, er blinkt die ganze Zeit. Ja, was ist denn da? Und sie kommt nicht drauf, was er hat. Ja, weißt du, wer das ist? Wer da reinsteckt? Keine Ahnung. Was heißt denn du? Was dammert du? Vielleicht den gelben Tennisball. Der Geist steht da und flattert und flattert. Achsen hat er schon. Schau mal, jetzt fliegt alles. Hä, was die nackelig. Ha, ha. Fuh. Aber sie kommt nicht drauf, was er hat, ja. Ja. Hilfe, Hilfe. Was hatte ich, Mutter? Jetzt kommen die Kinder. Sprich mit mir. Der Kleine sagt, musst du dumm machen. Oh, das blinkt aber schön. Ja, das blinkt voll gern. Ach so, Tioi. Ja. Wenn man sich so ein Ding ausleiht, sollte man auch wissen, wie man fahren muss. Ich hoffe nicht. Über die Zehe. Ja. Ja, aber das blinkt, das schreit eh schon noch über die Zehe. Aber in der Ende, wie heißt die Straße da? Porsche Allee. Porsche Allee. Porsche Allee. Porsche Allee. Alle. Das ist die Porsche Allee. Aber ich glaub, sie fährt nicht mehr weit. Porsche Allee. Ja. Die erwirkt sich noch mit dem Umhang da. Schau. Jetzt schubft sie an. In der Draht und dann. Na, sie dachte, er muss nur so. Ja, jetzt ist sie weg. Ja. Ja, das ist eine Verstehung. Es ist ein Verzehung. Das ist ein Verstehung. Die Klümpel auf den Wendung. Entschuldigt. Er ist ein Verstehung. Vielen Dank.